Beim Foren ab dem Fandauschen Europäischen Höchweich O7 222 von Amsterdam Richtung Nuden über den Mäß 200 Meter breiten Dom, der den Waden sei, und dort Eselmeer von den Ondertrand seit einer 5,7 Kilometer auf von Bolsward eine Plut, wo dort Bufen sagt, Widmarsom. Wenn einer durch vom Höchweich raufbächt und vor der Linke sie drauf, dann vor einer B-Wort-Ole ordentliche Hieser vorbei, in der Hauptweich fährt gleich nur ein Olet überdacht Göt, drei gemerktet Hüß oder Köäck, mit ein Sudeldag und ein Scharstein und eine Sie, und der Rest von einer Späts zu sein über die Bäume in Hieser. Dort höchst du, wort uns mehr an eine Schiendenken halt, du hast nur ein Angebot, und schmuck auf Fensteren mit kleinen Glastufeln, du hast ein Angebot worden. Dort ist es, wort du steht für die Köäck, wort den Helgen Bonifacius geherrlicht wird. An dieser kleinen Kirche leiten die älteren Simons ihren kleinen Jungen Däupen und dürfen ihm den Nomen Mäne oder Mäne, der er in der Geschichte über Osmano Simons bekannt ist. So fängt dort Leben ab, dass sie ehrt von einem Mon an, nur dem sie Nomen von der hunderte Gemeinden an Meier aus 50 Ländern genannt wird. Vor allem wird dort nicht versäunen, mit anderen Sachen zu däunen, überdacht dem Herrn und seine Gemeinde. An Friesland könnt ihr dort die Tizia ein Giedra lesen und schreiben, ein Giedra können und müsst seine eigene Känge zu selbst lehren. Über meine Funktion lehren wir einen Zeugenführer an der Zeug an, wo er dort Lesen und Schreiben gelehrt hat. An einer Klosterschule muss er Deutsch und Latinisch gelehrt haben, dort er hier durch die Glaubenslehre und sagt auch das Gesang. Dann besagt er Adel die Jörgen, die Schule an der Stadt Bolzburg und die, die durchaus ordentlich Zeugen gewohnt hätten, sind in der Grundlehre von Theologie. Nur dem er die Schule aufgeschlossen hat, trug er in Utrecht, wo er anfangs sich zum Priester ütelieren. Ein Sintag zu Marius, am 6.20. März, durch Fenster, wo durch ein Bett aufstehen, bei der Kathedrale in Utrecht, wehrt ein Bett vor der Schlaf, durch das Fenster von der Stufe. An der allmere Stunden lang, der Helge Masse geholt wurde. An dem Tag, hält Johannes Herzfeld, der Erzbischof der Masse. Feierabend schneiden sich 15 junge Männer, wo zu wollen angesehen und angestellt worden für den Däunz. Ein Tag zuvor hatten sie ihre Probe bestohlen, und nun wir voran den Moment gekommen, wo sie lange nur geliebt worden. Die Mäude hängt von dem Erzbischof, flottet uns heute abeint von der Leer, die bereit werden, den Sehen zu nehmen, dort wie Männer. Seine Läppen reden sich stell am Gebet, während heute dem Herrn danken deut, für dort sein Wensch sich erfällt. Hei wir noch mal ein Jung, mit nähen Joos he sich entschlägt, ein Gästlicher geworden. Wils hei feilt ein Tragen, nur wort Herrscheret, Gästlicher. Wo ich heim dort her? Seine Aldrin, die ihr ganzes Leben schwer gearbeitet haben, können dort nicht verstohlen. Wo ich heim das Verlangen von ihren Kleinen sehen, nur der Georg, nur dem Himmel? Wo dann können hei Stunden lang an eine anbedietende Keuk sein, nur bei dem Altar, wo doch nisch für das Öl geboten wird, alles für gräf und lärig, wird gefeufte Wehen, bänken dich Topstunden in ein einfacher Tritts und Halt durchführen. Da das geht, man aus dem Führer kloppert am Appeschüller. Wenn du ein Gästlicher wirst, da wirst du einmal ein Steigbrot haben und du bräuchst die nicht so oft raken, so aus Eikmat. Die Mutter hielt, all bloß, wann sie diese wird hielt. So wünscht ihren Sein eine Läufe früh, Kenia, Familie, oba wann hei ein Gästlicher ward, dann kann hei sich nicht befrieren und muss allein durch das ganze Leben gönnen. Wurde hei dich holen? Und was passiert dann mit allem, wann die Jugendtät verjährt und seine Kraft verschwingt? Die Älteren wünschen ihren Sein doch bloß gaudet. Und dort wünschen ja auch alle Älteren ihre Kenia. Sie wünschen, wann ihre Kenia nicht dieselbe Schwierigkeiten, in der ich leben marten, was sie selbst belebt haben. Oba wofür können die Älteren nicht den Erfolge von ihrer gaudmeinenden Sein für ihre Kenia. Aus der Fuhrer sind in Sein Manno nur Bulls ward schägt, dem ütgeliert worden, dann doch hei so dort hei, am du dich am Titeljen einleichtet, Leben ohne Sein verschoffen deut. Und wenn Manno ein gewöhnlicher Lohnpriester in Holland oder Friesland geworden wär, dann würd sein Wensch auch seinen Erfolge werden. Oba Manno sind Fuhrer, können sich nur nichts von denken, dass von hei dort mehrlich mögt, dass sie sehen, die Bibel lesen können, dass hei am Danto ein Leben verühtelt und dass hei bloß alles verluten müsst und müsst euch leben. Und könnt ihr 28er Schamon, dem sind heut so voll Frieden schlug, aus am Dach hängeblein, angestallt ward, dort auch geweihten, dass hei an seinem ganzen Leben nicht bloß kein Heim würd haben, oba dort hei nicht einmal würd einen Platz haben, wo hei sich würd keinen ruhig hanschneidend im Gebet. Wo Johannes, der Bischof von Utrecht, sich dort haben könnt verstellen, dass die Person, die sich verarmt hanschneidend hat, 30 Jahre lang würd verfolgt worden von der katholische Priesters und auch von protestantischen Lehrern. Und wer von seinen Freunden, der sich mit Amt haupt, nur hanschneidend hat, zum Gebet, würd dort all haben könnt sein, dass du eine höhere Samentealt würd versprechen worden, für wer Männer würd ütleifern, zum Arm der Utmerken. Und dort mehr aus 10 Personen wurden dort gemerkt worden, bloß wenn sie Männer und seine Familie und ihr Tag nehmen würden. All das wissen den wichtigen Moment, bloß der einer, der alles weiß, oba für Männer und für die Menschen Raumarm wie die Zukunft und die Tid verstärken, als hei geherrlicht war das Priester. Die neue Priesterhilden mit Frieden hält jedoch vor ihrem Beruf, und dort hüßt du dich bi, dort einen schönen Numen hat, Marienraut, dort fahrst du dich, aber auch Marienraut. Der Anwohner verwundert, so wird uns dort nicht. Aber am jen Teil mögen sie die Gästliche Führerschmaut noch mehr zu trinken, und vor allem zu ihren liefden sie einmal zu sprechen, mehr nur wie die Ohnführer von der Gesellschaft, und wenn heute der Beierköffel oder der geherrlichte Köffel erst abhaufe, dann wird der olle Stahl und heute nur an. Herr, wann du hier gewaßt wirst, wo wir dich dort geloten haben mit den Taustern von den jungen Priester, wo wirst du haben, er schandelt den bedrungenen Spuss teuerhaft, aber du wirst du, du sagst alles, und wachst geduldig, weil Manu sich erst einmal vernünftig wurde zu dir bekehren. Nur einen Monat krieg Manu seine Anstallung ein Pindium, ein Sinn geläuftet Friesland gönstig bewiedmarsam. Der Städt, wo er geboren wird. Er kriegt die Anstallung aus Vikar, ein Helper für den Priester, der Städt. Der Städt, der auf die Manu hängte Weges von Utrecht in der Pindium, er fuhr mit dem Wehen unter den wärmen Stuhlen von der Fahrgörsson und wird seine Übung und dort lege ich lege und hier in Duvi ein Gruven und dort drin fährt, wo du wäden da und unter Windmählen wird die Sache drehen, kurz wie in dieser Wertfläche durch eine Überschwammung untergegungen warst. In der Spür von den Schuhen dürfen wir nach aller Wehen zu sein. Vom Wind gedrehen brücken die Walen von den Wadensäu, den Dom, der ich wird die Menschen mit so viel mehr gemerkt haben und mit so viel über viele Menschen leben. Man kann die Läse von denen nur sei sei Gott. Über die wir sonder sei und die Läufe von Gott dort verstorben die Leute. Wir haben nicht mehr dort verdient, doch die aus heute ütgeschält die Gäste besäunen. und von den Kindern hat heute ein starkes Gefehl für Gott seine Gerechtigkeit und für seine eigene Sinn. Worum dreht Gott so viel Geduld mit mir und verlängert immer noch mein Leben, doch meine so. Obwohl ich noch einen Priester sehe, sehe ich immer noch einen Arsch der Sünde. und von den